Ja, hallo. Ich möchte meine Hamelner Kollegen informieren, dass ich wieder da bin. Töti hat mich dazu überredet, den möchte ich ja als erstes grüßen. Hallo Töti. Er sagt nicht hallo, doch, sagt er. Piggy natürlich und alle, die ich vergessen habe, was die meisten sind. Meine Freundin zum Beispiel. Okay, ja, das war's dann, denke ich, ne? Dann grüße ich das ganze Franks-Belgert-Team. Ich grüße unseren Sohn Jörg Niemeyer im Bad Kreuznach. Wir grüßen Svenja aus Hameln, die ihre Prüfung bestanden hat. Ich grüße meine Familie aus Hameln und meine Freunde aus Hameln und Frankfurt und Hamburg und Umgebung. Dann grüße ich meine ganze Familie und meine Freunde und die Leute, die ich auf Söthalle kenne. Ich grüße auf diesem Wege herzlichst Herrn Stefan Schmidt und Herrn Achim Schneider und wünsche den beiden und auch seinem Kompagnon alles Gute für die Zukunft. Hallo, ich grüße meine Freunde, Ruby, Kimberly, meine Geschwister, mein Freund und wollte noch mal kurz Werbung machen für Hamels ersten Cocktail-Taxi. Hallo, ich grüße Emilia. Wir grüßen unsere Tochter in Jakarta aus Hameln und wünschen Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020